Hineingeboren in die Katastrophe. Ryo Nagashima erblickte nur vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Japan das Licht der Welt. In der japanischen Präfektur Fukushima. Kinder in der ersten Lebenswoche untersuchen zu lassen, gehört zur Routine. Den ersten Termin hat Ryo aber nicht mit einem Kinderarzt, sondern einem Geigerzähler. Ich sorge mich so um die Strahlenbelastung des Wassers, sagt Rios Mutter. Je länger das Ganze andauert, desto mehr habe ich Angst. Und in der Tat reißen die Hiobsbotschaften nicht ab. Die Radioaktivität im Meerwasser vor dem AKW stieg erneut auf einen Rekordwert. Zudem fanden Wissenschaftler in Rindfleisch aus der Region Spuren von hochradioaktivem Cäsium, das im Gegensatz zu Jodverbindungen auch nach mehr als 200 Jahren gefährlich ist. Das Grundwasser auf dem AKW-Gelände ist mittlerweile ebenfalls radioaktiv verseucht. Eine Ausweitung der Sperrzone um das havarierte Kraftwerk lehnt Japans Regierung trotz eindringlicher Appelle aber weiter ab. Bislang gilt eine Sperrzone von 20 Kilometern. Nach Angaben der internationalen Atomenergiebehörde wurden aber auch in einem Dorf 40 Kilometer von Fukushima entfernt hohe Strahlungswerte gemessen. Als erster ausländischer Staatschef seit Beginn der Katastrophe besuchte der französische Präsident Nicolas Sarkozy am Donnerstag Japan und bot dem Land Hilfe an. Zugleich verteidigte Sarkozy die Kernenergie und forderte einheitliche Sicherheitsstandards für Atomkraftwerke weltweit. Kein anderes Land auf der Welt hängt so stark von der Kernenergie ab wie Frankreich.